Guten Morgen aus Brunnenberg. Guten Morgen. Wir haben den 18. April 2020, wir sind beim zweiten Ballonathon. Untertitel ist heute Zeit für ein paar Birdies und wir sind gespannt, was das bedeutet. Wir lassen uns überraschen. Genau. Startzeit 8.40 Uhr. Und los. Der zweite Ballonathon beginnt. Die Runde startet direkt mit ein bisschen Kletterei. Da hinten im Dunst erkennt man den Förderturm, unter dem wir letzte Woche dem Ballonathon gelaufen sind. Was wir jetzt nach 2-3 Kilometern schon sagen können, Jan Philipp hat als Streckenempfehlung richtig eine schöne Strecke ausgesucht für diese Woche. Mal wieder. Mal wieder. Jetzt geht es wieder richtig gut bergab. Die Strecke ist richtig schön profiliert. Der hat was zu lachen. Das war so ein Geländeabbruch hier. Ganz beeindruckend. Das war so extrem. Amen. Was ist das? Willkommen für den Rest von den vier Häusern. Danke, gleichfalls. Voll die Kletterei. Viel Spaß noch. Dir auch. Dankeschön. Hau rein. Hier wurde aber ordentlich aufgeräumt. Wo es viel bergauf geht, geht es irgendwann auch mal wieder bergab. Boah. Und auch wieder bergauf. Hier. 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 das ist das Gemeinfahren Hier staubt es jetzt ein bisschen Volle Strecke So, jetzt sind wir fast wieder am Parkplatz 150 Meter noch Dann haben wir die erste Runde geschafft 11.34 Uhr Da sind schon viel mehr Namen drauf als letzte Woche Und Runde 2 Aber diesmal andersrum Das war die orange Runde Und jetzt Gucken wir uns die grüne an Die gleiche nochmal andersrum Alles wird gut So, jetzt wird der Jetzt geht die Kraxelai wieder los. Die Kraxelai wieder los. Der Boden ist so staubig hier, ich bin mal gespannt, wie die Füße nachher aussehen. Und wieder klettern. Und wieder klettern. Und wieder klettern. Kilometer 31, da geht das gut hin. Jetzt geht es wieder bergauf. Das war gerade so schön hier runter zu rennen. Mann, wie gemein. Die Strecke ist der Kracher. Wie gesagt, die ist mehr mit dem Wald nicht. Die andere finde ich eigentlich schon mit dem Wald am Ende. Auf den letzten Metern müssen wir irgendwie nochmal klettern. Das ist warm geworden. Ja. So, da müssen wir jetzt noch hoch, da oben ist das Ziel. Geschafft. Boah. 14,29. Jo, der Marathon ist gefinisht. Boah. Du kommst wieder. Schatz. Prost. Prost. Boah. Das tut das gut. Ja. Boah. Das war Jan Phillips zweiter Ballonathon. Dieses Mal in Fröndenberg auf einer, ja, auf einer sehr willigen Strecke. Habt ihr ja gesehen. Mit 600 Höhenmetern auf dem Marathon. Äh, wir haben ein bisschen gekämpft jetzt zum Schluss. Ja. War ganz schön Kletterei. Ach. Aber lohnt sich. Absolut. Ja. Ist wirklich eine schöne Strecke. Ja. Ach. Boah. So. Jetzt erstmal ab nach Hause. Beine hochlegen. Heute Abend gibt es wieder die Marathon-Urkunde per E-Mail. Und, äh, ja, heute haben wir uns hier wirklich verdient. Ja. Serverlaufen nicht vergessen. Bleibt gesund. Bis nächstes Mal. Danke fürs Mitlaufen. Tschüss. Prost. 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 Boah, ne, für ein Pinderung. Jawohl. Sieht doch gut aus. Wir haben uns heute hart erarbeitet, die Mauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik